Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal werden wir uns mit Judentum und Christentum befassen und warum wir sie nicht vermischen sollten. Wir werden auch sehen, warum konvertierte Juden eins mit uns im Leib Christi sind. Dies ist eine sehr wichtige Botschaft für einige, die sogenannten Judarisierern folgen und davon gibt es hier auf YouTube viele. Verstehe mich hier nicht falsch, dieser YouTube-Kanal und ich persönlich respektieren und lieben die Juden. Und wenn es die Juden nicht gäbe, gäbe es heute keine Christen. Die frühe Kirche begann nur mit Juden, bis Jesus Paulus auserwählte, um uns, den Heiden, das Evangelium der Gnade zu bringen. Heutzutage gibt es viele Gruppen mit Überzeugungen und Praktiken, die denen der Judaisten des Neuen Testaments sehr ähnlich sind. Die beiden bekanntesten sind die Hebrew Roots Movement und die römische katholische Kirche. Die Lehren der Hebrew Roots Movement sind praktisch identisch mit denen der Judaisten, die Paulus im Galaterbrief zurecht wies. Ein Hauptanliegen der Hebrew Roots Bewegung besteht darin, die Anhänger Christi wieder unter der Knechtschaft des alttestamentlichen Gesetzes zu bringen. In der frühen Kirche wurde diejenigen, die eine Kombination aus Gottes Gnade und menschlichen Einsatz lehrten, Judarisierer genannt. Das Wort Judaiser kommt von einem griechischen Verb und bedeutet nach jüdischem Brauch leben. Das Wort Judaizers oder in Deutsch Judisierer kommt in der Amplified Version der englischen Bibel zweimal vor, Galater 4,17 und Philippa 3,2. Schauen wir uns das also an. So, hier bin ich in meinem Studienprogramm. Ich benutze immer die King James Version. Und es ist noch in Englisch, ich werde das gleich in Deutsch übersetzen. So, wir geben da ein, das Wort Judisierer, und suchen wir, was alle Bibeln findet. So, wir stellen fest, das sind die Amplified Version, das sind zwei Ergebnisse. Und hier sind sie, Galater 4,17 und Philippa 3,2. So, und besetzen wir das in Deutsch? Okay. Und steht, diese Männer, die Judenmacher, suchen dich eifrig, um dich mit süßen Worten und Aufmerksamkeit zu fesseln, um dich für ihre Philosophie zu gewinnen, nicht auf ehrenhafte Weise, denn ihr Zweck ist weder ehrenhaft noch eine Überlegung wert. Sie wollen dich von uns, die wir gegen sie sind, isolieren, damit du sie suchst. Und in Philippa steht, achten sie auf die Hunde, in anderen Worten die Judisierer, die Legalisten, achten sie auf die Unruhestifte, achten sie auf die falschen Beschneidungen, die Behauptung, die Beschneidung sei für die Erlösung notwendig, was natürlich Mumpes ist. Okay. Paulus beschreit, wie er Petrus damit konfrontierte, dass er Heidechristen zur Judarisierung zwingen wollte in Galater 2,14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem, Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Ein Jüderist lehrt, dass ein Christ, damit er wirklich mit Gott im Reinen sei, sich an das moseische Gesetz halten müsste. Dazu gehört die Sabbachhaltung und die Speisegebotehaltung, in manchen Fällen sogar eine Beschneidung. Beschneidung wurde als notwendig für die Erlösung propagiert. Heiden mussten zuerst jüdische Prosoliten werden und dann konnten sie zu Christus kommen. Die Lehre der Judenmacher war eine Mischung aus Gnade durch Christus und Werken durch die Einheitung des Gesetzes. Diese falsche Lehre wurde in Apostelgeschichte 15 behandelt und in Galaterbrief scharf verurteilt. Auf den Jerusalemer Konsil in Apostelgeschichte 15 stellte eine Gruppe von Juttaisten gegen Paulus und Barnabas. Einige Männer, die die Partei der Pharisäer angehörten, bestanden darauf, dass Heiden nicht gerettet werden könnten, wenn sie nicht zuerst beschnitten wurden und dem Gesetz Mose gehorchten. Paulus argumentierte, dass es in Christus keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden gäbe, denn Gott habe die Herzen der Heiden durch die Glauben gereinigt. Apostelgeschichte 15, 8 durch 9 Schauen wir uns also Apostelgeschichte 15 und einige Teile des Galaterbriefs an. Wir werden später auch auf den Römerbrief eingehen. Apostelgeschichte 15 Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lässt, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun zwei Schwiespaltaufkommen und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hätten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinausziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phonizien und Samaria, in denen sie die Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die glaubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sich beschneiden und ihren Gebieten das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, die die Herzen kennt, legte sie für sich Zeugnis ab. Indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Was, durch den Glauben gereinigt hatte. In anderen Passagen sehen wir deutlich, dass das Gesetz und die Propheten bis Johannes galten, Lukas 16,16, und dass wir heute in Christus Jesus unter der Gnade stehen. Römer 6,14 Okay, für Lukas 16,16 nehme ich jetzt die Hoffnung für alle, weil es das Englische besser hergibt. Weiter sagte Jesus, Bis Johannes der Täufer kam, waren das Gesetz von Mose und die Lehrer und die Propheten die Maßstab für alles Handel. Seit seinen Auftreten wird die rettende Botschaft von Gottes Reich verkündet und alle wollen unbedingt hinein. Römer 6,14 Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet einfach Nationen. Okay, 16,16 Doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den was? Durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus glaubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt wurden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. So, wenn wir in diese Passage nach oben fahren, also es sind die ersten paar Verse, sehen wir deutlich, dass Paulus und Petrus haben verschiedene Evangelien und Petrus geht zu den Beschnittenen, während Paulus, unser Apostel, Römer 11,13, geht zu uns, die Heiden, die Unbeschnittenen. So, Vers 7 Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich, Paulus, mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit denen an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte, zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die wen? Für die Heiden, für die Nation. So, und hier ist noch ein Leckerchen, Johannes 1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Okay, obwohl die jüdischen religiösen Feste von jüdischen messianischen Gläubigen gefeiert werden, sind sie für Heidechristen nicht relevant. Paulus sagte uns in 1. Korinther 5, 7 und 8, dass Jesus unser Passalam ist. 1. Korinther 5 In dieser Kirche wurden Unzucht getrieben, das ist der Kontext, die Passage, und Paulus erklärt denen über den Sauerteig, dass ein paar von denen hier würde der Rest verderben, wenn es so weitergeht. Okay, Vers 7 Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr einen neuen Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Christus So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und hier, ich glaube, Vers 1 Ja, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einem solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Wow. Aber die Korinther waren gerettet. Die wurden die erste Kapitel beschätigt. Gehen wir zur 1. Korinther 1 Paulus berüfener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und sonstens der Brüder an die Gemeinde Gottes, der in Korinth ist, an die was? Geheiligten in Christus Jesus, an die berüfenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir können hier deutlich sehen, die Korinther waren schon gerettet, nur die sind in die Sünde verfallen. Und wie? Wenn man die ersten Korinther, das ganze Buch liest, sieht man, dass diese Leute waren ziemlich fleischlich. Okay. Hebräer 7, 27 und andere Passagen erklären, dass der Mensch durch den Tod Christi ein für alle Mal mit Gott versöhnt wurde. So, nehme jetzt den Kontext. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht, wie die anderen hohen Priester, an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünden für sich selbst ein Opfer darbringen, ehe er für sein Volk opfert. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer dargebracht, das ein für alle Mal gilt. Das Gesetz von Mose bestimmte Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern zu hohen Priestern. Doch dieses Gesetz gilt nicht mehr. Seit Gott seinen eigenen Sohn mit einem Schwur als unseren hohen Priester eingesetzt hat. Und das wird er bleiben. Für alle Zeiten in göttlicher Vollkommenheit. Andere Passagen wie Kolosser 2, 16 und 17 und Römer 14, 5 und 6 erklären, dass die alttestamentlichen Feste nicht mehr begangen werden sollten. Okay, Kolosser 2. Nehmen wir Kontext, wie wir das immer machen. Er hat auch euch, die ihr tot waren in die Übertretung und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihnen lebendig gemacht, indem er was? euch alle Übertretungen vergab. Wenn der Trübsal für die Kirche ist, warum sollte denn Jesus uns versuchen? In Offenbarung 13 steht, Weil du das Wort von standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Warum sollte Jesus uns versuchen, wenn er uns alle Übertretungen schon vergeben hat? Okay, machen wir weiter. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, diese gerichtete Schuldschrift, Na, es war unsere Übertretung, die durch die was? Die Satzungen uns entgegenstand, diese Satzungen ist das alte museische Gesetz und hat sie aus dem Weg geschafft, in denen er sie ans Kreuz heftete. Als er so den Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. So lasst euch von niemandem richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmte was? Feiertage oder was? Nullmundfeste oder was? Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. In 1. Timotheus 4 heißt es, dass falsche Lehrer in den letzten Tagen den Menschen das Heiraten verbieten und ihnen sagen werden, dass sie bestimmte Lebensmittel nicht essen sollten. Paulus sagt, das sei ein Lehren von Dämonen. Okay, 1. Timotheus Kapitel 4. Hier ist der Obertitel Verführung und Abfall von Glauben in der letzten Zeit. Wow. Okay. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von Glauben abfallen und sich irreführende Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchlerei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebranntmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Dantsagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, alles, was Gott geschaffen hat, und wir nehmen die Bibel wörtlich mit Gesicht hier wert. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Lasst euch von niemandem sagen, was ihr essen sollt oder sonst was. Das ist alles Unsinn. Esst, was ihr wollt. Hier steht, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, solange wir es durch Gottes Wort und Gebet annehmen. Mit Danksagung. Auf YouTube gibt es viele sogenannte Christen, die solchen Unsinn verbreiten und viele in die Irre führen, in denen sie wieder der Last des Gesetzes aussetzen, was nur zu Werken führt. Wir werden nicht durch unsere Werke gerettet. Diese Menschen sind gefährlich, weil sie sagen, wer Schweinefleisch, Garnelen und so weiter isst oder den Sabbat nicht einhält, wird verurteilt und in der Hölle landen. Diese Leute sind Sekte. Nichts weiter. Sie verängstigen ihre Anhänger und machen sie von ihren falschen Lehren abhängig. Sie nehmen sogar Geld für ihre Blindheit. Sie gefährden die Einfachheit unseres Evangeliums, das allein im Glauben besteht. Dies bringt uns zurück zur Apostelgeschichte, wo die Entscheidung lautete, die Heiden nicht unter das Joch des Gesetzes zu legen, das nicht einmal sie oder ihr Väter tragen könnte. So, ich glaube, wir haben aufgehört in Vers 9, aber wir gehen den Kontext nochmal durch. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sich Zeugnis ab, in denen er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, das heißt die Juden und die Heiden, nachdem er ihren Herzen durch was? Den Glauben gereinigt hätte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, in denen ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, und dieser Joch ist das Gesetz natürlich, das weder unser Väter noch wir tragen könnten. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Und wir fahren runter jetzt zu 18, zu das Urteil. 18. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Hier ist das Urteil. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll. Jetzt werden einige sagen, aber Brüder Ryan, die Bibel sagt, dass Juden und Griechen ein sind. Galater 3, 28. Und ja, das stimmt, aber nur im Leib Christi. Das bedeutet nur im Christentum, nicht im Judentum. Wir müssen sehr vorsichtig sein, nicht in eine Werken basierendes, falsches Evangelium zu verfallen. Jesus hat alles am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Hütet euch vor falschen judaistischen Lehrern. Und ja, es steht in der Bibel, Galater 5, 1 durch 4, die Freiheit in Christus und die Verführung der judaistischen Irrlehrer. Vers 1 So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in der Joch der was? der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lässt, wird euch Christus nichts nutzen. Ich bezeuge noch nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch was? durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und hier ist das Vers Galater 3, 28 Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einen, wo? in Christus Jesus. Wir sind nur eins im Leib Christi. Beides zusammen geht nicht. Judentum und Christentum. Die Juden hassen die Christen. Der entscheidende Unterschied zwischen Christentum und Judentum ist die Lehre von Jesus Christus. Das Christentum lehrt, dass Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung eines kommenden Messias, Retters ist. Jesaja 7, 14, 9, 6, 3, 7, Micha 5, 2 sind ein paar Verse. Das Judentum hingegen sieht in Jesus einen guten Lehrer und vielleicht sogar einen Propheten Gottes. Das Judentum glaubt noch nicht, dass Jesus der Messias ist. Messianische Juden sind natürlich ausgeschlossen. Apostel Paulus ein Jude, Pharisäer und strikter Anhänger des Judentums begegnete Jesus Christus in einer Vision, wie es Apostelgeschichte 9, 1, 9 steht und wurde zum größten Säugen für Christus und zum Autor von fast zwei Drittel des Neuen Testaments, einschließlich des Hebräerbriefs und einen größten Teil der Apostelgeschichte. Paulus verstand den Unterschied zwischen Christentum und Judentum besser als jeder andere. Was war die Botschaft von Paulus? Römer 1, 16. So, hier ist das Obertitel, das Evangelium von Christus als was? Gottes Kraft zur Rettung. Und das ist natürlich in gefundenen 1. Korinther 15, 1, 3, 4, unser Evangelium. Aber jetzt lesen wir das hier. Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für wie viel? Für jeden, der was? Der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass der Versuch, menschliche Werke zur Gnade Gottes hinzuzufügen, die eigentliche Bedeutung der Gnade übersieht, was die unverdiente Gunst Gottes ist. So, Epheser, Kapitel 2, eigentlich 8 und 9, aber wir nehmen, wie gesagt, immer Kontext. Beginnen wir bei 5. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit denen Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr rettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt, wo? In den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Damit er in kommenden Weltzeiten die überschwänglichen Reichtum seine was? Seine Gnade in gute an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den was? Den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemanden sich ruhm. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen den Christus Jesus zu was? zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollten. Diese guten Werken, die passieren nach der Lösung. Wir tun diese guten Werke, weil wir gerettet worden sind und nicht um gerettet zu werden. Die Judäisten des ersten Jahrhunderts waren die Werke Beschneidung, die Einhaltung des Sabbats und die Einhaltung und die Speisegebote. Die Themen von modernen Katholiken sind Taufe, Götzenanbetung, Rosenkranz, Beichte und so weiter. Die erst notwendiger erachteten Werke mögen sich geändert haben, aber sowohl Judaisten als auch Katholiken versuchen, Gottes Gnade durch die Durchführung ritueller Handlungen zu verdienen. Wenn eine christliche Gemeinde gelegentlich Aspekte des eines alttestamentlichen Festtags nachspielt, um ihr alttestamentliches Erbe besser zu verstehen, liegt dies im Rahmen der christlichen Freiheit. Allerdings sollten solche Nachstellungen mit dem klaren bewussten Bewusstsein durchgeführt werden, da sie von Christen nicht verlangt werden, keine besondere spirituelle Vorteile vermitteln und ausschließlich einen pädagogischen Wert haben. So, bevor wir zum Abschluss kommen, schaut euch das hier an. Die Galater fielen auf die Unsinn, die Judaisten herein und Paulus musste sie so rechtweisen. Galater 3, 1 durch 5 So, ich nehme jetzt die Hoffnung für alle, weil es einfach die Situation besser darstellt. Okay? So, Gesetz oder Glaube? Warum wollt ihr Christen in Galatien das nicht endlich begreifen? Wer könnte euch bloß so verblenden? Hab ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderung des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetzes erfüllt oder weil ihr von Christus gehört hat und an ihn glaubt? Der Gläubige wird nicht durch Werke des Gesetzes oder irgendetwas anderes gerechtfertigt. Der Gläubige wird in dem Moment gerechtfertigt, in dem er an das Evangelium der Gnade glaubt. Epheser 1 13 Okay, letzter Vers für heute. In ihn, Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung, gehört habt. In ihn, natürlich Jesus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Okay, vielen Dank, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Dieser Kanal hat nicht die Absicht, Geld zu verdienen, ich würde niemals mit dem Wort Gottes hausieren gehen. Ich stelle nur den Sachverhalt klar, der Glaube ist alles, was wir als Christen brauchen. Ich liebe euch alle im Herrn, bis zum nächsten Mal. Baranatha! Bis zum nächsten Mal.